jo freunde was geht ich bin es wieder euer chelit und herzlich willkommen zu einer neuen folge von verkostung ala chelit und ja freunde heute kommt eine verkostung ala mac web sweet chili ich hoffe dass es nicht zu scharf wird hier haben wir das gute stück ich packe es geradeaus und da haben wir es also gefüllt mit chicken salat mit einer sweet chili soße und zwiebel und die verkoste ich heute mit euch und ja lasst mir an der stelle auch gerne ein like da wollte ich nochmal kurz erwähnt haben like und kommentar was auf jeden fall ein like und kommentar dafür diese folge und dann werde ich sagen fangen wir mal an bei den nächsten zehn likes wenn wir auf jeden fall die nächste verkostung raushauen und ja freunde fangen wir mal an sie sehr lecker aus anfangs noch sehr geschmackslos aber wenn man die soße raus schmeckt dann ist sehr sehr lecker tschuldigung das wollte ich nicht auf jeden fall sehr lecker und die soße ist nicht so scharf ich muss aufpassen dass wieder nichts daneben bleibt ein bisschen schwierig werden nein das rutscht alles weg freunde leider kann ich euch den rest nicht zeigen weil alles raus ausgerutscht ist mit der soße aber ich kann euch schon mal eins verraten diese sweet chili so so dass die chicken burger soße noch nie gehört aber jetzt haben wir es erfahren so ja freunde mcwip chicken ist durch ist mir leider ein bisschen ausgerutscht weg gerutscht mit der soße und ja freunde schmeckt auf jeden fall ganz gut vor allem die zwiebel habe ich total vergessen noch zu erwähnen die schmeckt man auch sehr gut raus und ja auf jeden fall das könnte ich mir bei den sogenannten kennyx im vis ok ich will nicht übertreiben könnte ich mir das ein bisschen größer vorstellen was ja auch glaube ich schon ist auf jeden fall ich wäre bereit auch mehr zu zahlen wenn der inhalt auch mehr ist das was an dieser stelle freunde lasst mir gerne einen daumen nach oben da unten kommentar ich bin weg und wir sehen uns in der nächsten verkostungs folge euer highlight ist draußen und ciao